So Leute, ich wollte euch meine Solaranlage zeigen. Das ist der eine Degler, das ist der zweite, das ist der dritte. So, das ist unser Verbrauch diesen Monat, 236 Kilowatt. So, und das ist der Verbrauch, also das ist das, was wir von der Solaranlage haben, unter 79 Kilowatt. Das sind die beiden Werte, jeweils 1000 Watt. So, und unser jetziger Verbrauch ist, Moment, wir verbrauchen gerade 8 Watt, 5 Watt, also fast nichts, also gar nichts. So, natürlich alles vernünftig abgesichert, ne, wie ihr seht. So, das ist, das sind die Sicherungen für den Eingang. Das sind die Ausgänge von den MPPT-Reglern. So, das sind die Kabel, die werden noch ein bisschen, da muss ich noch ein bisschen was machen. Etwas dicker vielleicht noch, zur Batterie hin. So, die Batterie, die gehen nach unten hin. So, ich mach mal die Tür auf, auf der Dachterrasse. Moment. So, das sieht ein bisschen Bild aus. Aber, wie ihr seht, wir haben hier noch eine Baustelle, überall noch Kabel. So, das sind die Solarbatterien, hier ein Stück davon, jeweils 250 Ampere. So, das ist, das sind noch die Gabel, die muss ich alle noch vernünftig verlegen. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen. So, wie ihr seht, ich hab immer was zu tun. Baustelle, Baustelle. So, das war's, ne. Sieht ein bisschen wild aus, sieht alles noch ein bisschen schöner gemacht. Alles sieht der Kabelkanal. So, das ist dann, ne.